Hallo zusammen, schön, dass du zu einem neuen Foto Raw 2021 Video eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute zeigen, wie man aus so einem hässlichen Endline eine wunderschöne Nachtstimmung kreieren kann. Und das mit relativ wenig Aufwand. Ich hoffe, es sind wieder einige interessante Informationen für dich mit dabei und wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Zum Bild selber gibt es ein paar Informationen. Das Bild ist schon ein paar Jahre alt und zwar fast genau drei Jahre, etwas mehr. Und zwar am 2. März 2018 um halb zwölf ist es entstanden. Kamera war meine Sony Alpha 6300 und das Objektiv war das Zeiss 16-70mm f4. Zum Bild selber. Wir stehen hier auf dem Rondell. Wir sind also in Kassel unterwegs gewesen und blicken hier auf die Fulda und haben hier die Drahtbrücke im Vordergrund. Und rechts ist die Orangerie zu sehen. Das hier ist die Spitzhacke von Kassel. Und das, was wir hier noch sehen, nennt sich Hiroshima-Ufer. Wir sehen auch, die Fulda ist leicht angefroren. Das erkennen wir daran, dass wir hier so ein bisschen Eis auf dem Wasser haben. Und das Bild ist natürlich von seiner Grundstimmung her hier deutlich zu warm. Deshalb auch das hässliche Endline. Das können wir aber jetzt auch gleich als erstes mal hier in Ton und Farbe anpassen. Dafür gehen wir hier unten auf den Bereich Farbe. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, wie Aufnahme, automatisch, Tageslicht, wolkig, aufrollen, Wolfram. Wolfram sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Fluorizierend, Blitz und Benutzer definiert. Ich würde aber sagen, wir gehen mal hier in die einzelnen Einstellungsregler und passen das Ganze mal mit der Hand an. Das Erste, was ich jetzt hier natürlich machen möchte, ich möchte das deutlich kühler gestalten. Und hier können wir tatsächlich mal gucken, wenn wir ins Maximum gehen, also auf minus 400. Das gefällt mir hier schon recht gut. Dann möchte ich auch noch die Farbtemperatur hier etwas anpassen. Und zwar möchte ich weg von dem Extremgrünen. Das kann ich machen, indem ich das Ganze hier in Richtung Magenta verschiebe. Und hier würde ich sagen, ja, sieht das doch so schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt haben wir hier natürlich noch so ein bisschen Grün in den Laternen. Darauf muss ich jetzt aber einfach mal weniger Rücksicht nehmen. Der Rest passt eigentlich. Sättigung können wir auch noch etwas anpassen. Hier würde ich aber auch nicht ganz so hoch gehen. Maximal irgendwie so einen Wert um die 10 herum. Und die Lebendigkeit würde ich leicht anpassen. Hier können wir so ein Wert zwischen 10 und 20 einstemmen. Das gefällt mir jetzt so von der Grundstimmung her schon mal sehr gut. Wenn wir das vorher und das nachher anschauen, das gibt dem Ganzen doch schon mal eine ganz, ganz andere Wirkung. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, ich bin hier nachts unterwegs gewesen. Und das passt viel, viel besser. Dann können wir auch noch mal hier unten bei der Reinheit gucken. Lichter und Tiefen. Die Reinheit reduziert ja Farbstiche. Das werden wir vielleicht jetzt gleich hier mal erkennen, wenn ich die Lichter hier etwas hoch ziehe. Wenn ich das Ganze übertreibe, dann sehen wir, dass wir im Allgemeinen hier vom Bild her auch wieder etwas an Farbsättigung verlieren. Deshalb sollte man hier etwas vorsichtiger mit umgehen. Ich sage jetzt mal, bei den Lichtern so ein Wert 65 passt eigentlich ganz gut. Und bei den Tiefen, das würde ich nicht ganz so hoch ziehen. Hier können wir so einen Wert zwischen 10 und 15 einstellen. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir hier mal bei den Objektivkorrekturen gucken, ob er hier auch automatisch schon das passende Objektiv erkannt hat. Wir sehen hier, er hat jetzt Objektivinfo. Da hat er das 16 bis 70 Millimeter. Das ist das Size, auch wenn hier Sony E steht. Und auch hier beim Objektivprofil hat er von Sony auch das passende hier eingestellt. Das passt, das ist dasselbe. Und da brauchen wir also auch nichts weiter zu verändern. Wenn das jetzt anders gewesen wäre, dann hätten wir hier einmal auf Automatisch klicken können. Hier oder wir hätten dann hier manuell den passenden Hersteller raussuchen müssen und das Objektiv auswählen. Das brauchen wir in dem Fall nicht. Jetzt können wir als nächstes also auch schon mal hergehen und können das passende Format auswählen. Das machen wir hier oben. Klicken auf das Zuschneiden bzw. auf das Freistellenwerkzeug. Und ich arbeite ja immer gerne im 16 zu 9, stelle das Ganze ein und jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich das jetzt hier einstellen möchte. Das sieht natürlich überhaupt nicht aus. Deshalb würde ich hergehen und würde sagen, ich nehme ein Drittel Himmel und zwei Drittel Vordergrund und sage hier oben Anwenden. Und jetzt hat er mir das Bild ins 16 zu 9 Format umgewandelt. Dann kann ich jetzt zurückgehen zur Ton und Farbe und kann jetzt hier erstmal meine Grundeinstellungen anpassen. Starten möchte ich hier mit den Lichtern, mit den Mitteltönen und den Tiefen. Von der Belichtung her kann ich hier oben mal ins Histogramm wechseln. Das sieht an sich für ein Nachtbild soweit ganz gut aus. Deshalb würde ich sagen, brauche ich keine Belichtung hinzuzufügen oder rauszunehmen. Beim Kontrast kommen wir später in den Filtern nochmal dazu. Deshalb lasse ich das hier auch erstmal sein. Doppelt gemoppelt hält besser. Ich weiß, aber das mache ich später dann über einen entsprechenden Filter. Also starten wir mit den Lichtern. Die Lichter möchte ich hier deutlich herabsetzen. Ihr seht, was passiert, wenn ich das hier runternehme. Man sieht das ganz besonders schön an den Straßenlaternen. Hier würde ich so einen Wert minus 60 bis minus 70 einstellen. Das passt ganz gut. Die Tiefen würde ich ebenfalls etwas herabsetzen. Allerdings hier deutlich weniger. Hier nur so ganz minimal. Irgendwo so einen Wert knapp unter 10. Maximal minus 10. Und die Mitteltöne, die würde ich etwas stärker anpassen. Hier würde ich sagen, so einen Wert zwischen minus 30 und minus 40 passt hier eigentlich ganz gut. Weiß möchte ich auch etwas rausnehmen. Hier so ein ganz klein bisschen. Man sieht das hier, wenn ich das übertreibe. Wenn ich es nach rechts ziehe, also weiß hinzugebe, dann werden die ganzen Lichter überstrahlt. Und wenn ich aber hier so einen Wert um die minus 50 einstelle, passt das eigentlich ganz gut. Und schwarz möchte ich ebenfalls etwas abdunkeln, allerdings nicht übertreiben. Also wirklich moderat hier irgendwo so minus 10 bis minus 15. Auch hier nochmal eine Vorschau vorher, nachher. Und hier sieht man auch sehr, sehr gut, dass die Objektivkorrekturen hier schon automatisch reingerechnet sind. Wenn wir uns das mal anschauen. Vorher und nachher. Und da sehen wir, dass die Brücke so ein ganz klein bisschen auf uns zukommt. Das ist das Entzerren über die Objektivkorrekturen. Dann können wir auch ein ganz klein bisschen Struktur hier noch hinzugeben. Natürlich nicht übertrieben hier. Das ist natürlich deutlich zu viel. Aber wenn wir hier irgendwo mit so einem Wert roundabout 20 arbeiten und Dunst, möchte ich hier ein bisschen entfernen. Auch hier sollten wir vorsichtig damit umgehen. Du siehst, wenn ich das zu weit nach unten ziehe, also zu weit ins Minus ziehe, dann wirkt das einfach übertrieben. Hier reicht so ein Wert irgendwo minus 10, minus 12. Irgendwas sowas in dem Dreh reicht für das Bild hier völlig aus. Das wäre die Grundeinstellung für unser Bild. Als nächstes möchte ich jetzt mit den Effekten, mit zusätzlichen Filtern arbeiten. Dafür wechsle ich hier oben einmal auf den Reiter Effekte und kann jetzt hier einige Filter für dieses Bild hinzufügen. Da ich eben gesagt habe, dass ich den Kontrast über einen separaten Filter hier anwenden möchte, werde ich diesen Filter jetzt auch als erstes hier aufrufen. Und dann habe ich hier über dieses Dropdown-Menü auch die Möglichkeit, mir Vorschauen anzeigen zu lassen. Und wenn ich hier drüber havere, dann sehen wir, hat er jetzt hier dieses Crunch Contrast ausgewählt. Das ist natürlich viel zu viel Naturell, Soft, Surreal oder Texture Enhancer. Also Texture Enhancer ist mir vielleicht ein Ticken zu viel und Crunch Contrast ist mir auch deutlich zu viel. Was mir ganz gut gefallen hat, das war Naturell oder Soft. Das hat sich auch fast gar nicht so viel genommen. Auf dem ersten Blick sehe ich so gut wie gar keinen Unterschied. Ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen hier mal Naturell und dann klicke ich mal hier oben drauf und dann können wir uns mal das Vorher und das Nachher anschauen. Also man sieht hier eine deutliche Kontrastzunahme und ich muss sagen, das können wir tatsächlich hier so stehen lassen. Wir können vielleicht von der Intensität auf 80% runtergehen. Das kommt eigentlich immer noch recht gut. Vorher, nachher, das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Der nächste Filter, den ich jetzt auswählen möchte, ist der Filter Farbbalance. Den finden wir hier. Und auch hier möchte ich nicht hier an irgendwelchen Farbtönen, Mitteltönen, Tiefen arbeiten, sondern hier gibt es auch jede Menge Vorgaben, die wir hier aussuchen können. Und da können wir uns mal anschauen, was ganz gut aussieht. Orange Cool hat einen interessanten Look. Wie wird warm gefällt mir weniger. Warm Cool. Das gefällt mir hier unten eigentlich gar nicht. Warm Shadows. Warm Shadows. Aber die Schatten möchte ich eigentlich weniger warm haben. Eher genau das Gegenteil. Und ja, guckt mal. Da haben wir doch hier was. Das sieht nicht schlecht aus. Cool. Und das in den Schatten. Dann klicken wir hier mal drauf. Und jetzt sehen wir, hier hat er die Tiefen ausgewählt. Und hat entsprechende Anpassungen durchgeführt. Er hat hier einen Farbton ausgewählt. 240, 241. Das sind Blautöne, Betrag. Das könnten wir jetzt nochmal manuell einstellen. Finde ich aber eigentlich passt ganz gut hier zum Bild. Und bei der Helligkeit, da ist er einfach auf der Mittelstellung geblieben. Das können wir natürlich unseren eigenen Vorstellungen anpassen. Ich möchte jetzt aber im Gegenzug, dass ich jetzt die Schatten hier ins Kühlere gezogen habe. Und wenn wir gucken, die Mitteltöne sind nicht bewegt worden und die Lichter auch nicht. Möchte ich im Gegenzug aber die Lichter ebenfalls noch anpassen. Das kann ich machen, entweder indem ich jetzt hier einfach den Stil, dieses Preset einfach verändere. Oder ich sage einfach, ich möchte hier nochmal den Filter Farbbalance. Und suche mir jetzt hier einfach noch etwas entsprechendes aus. Und ich muss sagen, ja, cool Highlights. Gold is the best. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Warme Highlights. Das wäre quasi der Gegenpart zu dem hier. Warm Shadows. Nein, das brauchen wir jetzt hier nicht. Es geht nur noch um die Highlights. Und vielleicht um die Mitteltöne. Entweder so. Oder wir nehmen einfach mal hier Gold is the best. Finde ich auch nicht schlecht. Und da sehen wir, hat er in den Mitteltönen was angepasst. Und bei den Tiefen. Okay, die hat er auch angepasst. Wenn ich die jetzt rausnehme. Würde ich sagen, können wir das tatsächlich so lassen. Ohne diesen Farbbalance-Filter. Für die warmen Highlights. Also für die warmen Lichter. Und das ist mit. Das gefällt mir so ganz gut. Das können wir so lassen. Heißt, wir haben jetzt drei verschiedene Filter. Hier angewendet. Wobei zwei davon derselbe Filter ist. Also wir können hier auch Filter mehr als einmal anwenden. Und ich würde jetzt sagen, jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Filter. Und zwar dem Filter Kanal Mixer. Auch der hat einige interessante Einstellungsmöglichkeiten. Und hier würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal an. Black and White. Okay, das sieht auch nicht schlecht aus. Schwarz-Weiß, Infrarot. Finde ich. Ich finde Schwarz-Weiß, Infrarot immer irgendwie sehr, sehr interessant. Aber für dieses Bild passt das eigentlich nicht. Black and White-Red-Filter. Okay, die können wir hier eigentlich fast überspringen. Da ist nichts dabei hier. Dann haben wir hier Infrarot-Swap. Das gefällt mir auch nicht. Vivid Blue. Das ist mir zu viel. Vivid Green will ich auch nicht. Vivid Red gefällt mir auch nicht. Und Warm. Warm Polarizer. Warming Polarizer. Okay. Der sieht nicht schlecht aus. Den wenden wir mal an. Aber nicht in der Stärke. Da gehen wir deutlich zurück. Das ziehen wir hier auf so einen Wert. Ja, ich würde sagen 70 passt ganz gut. Vorher, nachher. Ja, das könnten wir so stehen lassen. Können vielleicht hier noch einen Ticken runter gehen. Sagen wir mal 60% passt hier eigentlich ganz gut. Und dann haben wir jetzt vier Filter hier in unsere Leiste mit hinzugefügt. Wir können die auch jederzeit hier über das Klicken von diesem orangenen Punkt oder von einem anderen Farbpunkt, den du eingestellt hast, in den Einstellungen hier hinzu und auch wieder abwählen. Ich möchte jetzt hier aber noch weitere Filter hinzufügen und zwar den Filter Leuchten. Auch hier können wir uns mal anschauen, was wir hier so zur Auswahl haben. Angel Glow, Black Soft, Charge More Normal, Charge More Strong und so weiter und so weiter. Und dann haben wir hier unten noch so ein Hollywood Glow, Lighter, Normal, Orton Clean. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, richtig gut gefallen hat mir Darker. Da hatte ich hier den Betrag von 50 und Überstrahlung von 10. Das können wir hier so erstmal stehen lassen. Modus Überlagerung stark und jetzt passen wir hier oben die Deckkraft wieder an und hier würde ich sagen, reicht mal voll und ganz 50% Deckkraft. Du siehst, was passiert. Das Bild wird wieder etwas heller und so würde ich das Ganze hier stehen lassen. Ja, dann möchte ich noch eins machen. Ich möchte einen weiteren Filter, der sich Tonwert verbessern nennt, hier hinzufügen. Und auch hier werden wir wieder über diesen Reiter hier auf der rechten Seite uns verschiedene Anpassungen anzeigen lassen. Also dieses Auto sieht schon mal überhaupt nicht schön aus. Und da gucken wir mal. Denn wir haben ja vorhin die Lichter angepasst. Wir haben die Schatten angepasst. Was wir aber nicht gemacht haben, wir sind nicht in die Mitteltöne gegangen. Und das möchte ich jetzt hier machen. Und dafür habe ich mir hier den Filter Midtones Lighter ausgesucht. Auch hier die Deckkraft deutlich reduzierter. Und zwar nur bei 50%. Jetzt sehen wir hier natürlich überhaupt keine Anpassungen. Ich vermute mal, er hat über die Kurven gearbeitet. Genau, hier ist das auch passiert. Jetzt ist dir sicherlich aufgefallen, dass ich in dem Entwicklungsmodul das Schärfen gar nicht genutzt habe. Das ist richtig. Denn auch dafür gibt es einen Filter. Und in diesem Filter habe ich jede Menge verschiedene Möglichkeiten, das Bild nachzuschärfen. Das finde ich ist besser, als wenn ich im Entwickeln Schärfe eingebe. Und ich habe da eigentlich nur drei Vorgaben, beziehungsweise eigentlich sind es nur zwei. Low, High und gar nichts. Oder ich habe einen eigenen Filter, also einen eigenen Stil angepasst und den dann gespeichert. Hier habe ich eine ganze Menge zur Auswahl. Und ich muss sagen, das finde ich hier persönlich angenehmer. Denn ich habe hier zum Beispiel die Möglichkeit, über einen Hochpass oder den Hochpass, das Hochpass Schärfen hier anzuwenden. Ich muss aber sagen, dass mir hier Screen High eigentlich ganz gut gefallen hat. Und das allerdings auch nicht bei 100%, sondern roundabout 60, 65 reicht vollkommen aus. Wenn ich jetzt hier einmal das Schärfen ausmache, sieht man das ohne, dass ich jetzt hier in die 100% Ansicht muss, wie scharf das Bild jetzt ausschaut. Ganz besonders gut sieht man das hier an diesen Reflektionen und dem Eis. Achtet einfach mal drauf. Jetzt ist er aus. Und jetzt ist er wieder dazu geschaltet. Also wir schärfen hier richtig, richtig deutlich nach. Ja, das wäre auch schon meine komplette Bearbeitung für dieses Bild. Wir können uns das Ganze ja nochmal in der Vorschau angucken. Das ist das Original, deutlich zu warm und ja, ein hässliches Endlein. Und wenn ich jetzt hier das Original wieder umschalte auf das, was wir jetzt daraus gemacht haben, dann kann man schon sagen, haben wir hier einen sehr, sehr schönen Schwan oder eine schöne Nachtstimmung kreiert. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es waren wieder einige nützliche und interessante Informationen für dich mit dabei. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Ist das das erste Video, was du dir von mir zu OnOne PhotoRaw 2021 anschaust oder bist du zum ersten Mal bei mir auf dem Kanal, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du diesen abonnierst und die Infoglocke aktivierst. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video veröffentliche, bekommst du von YouTube eine Information darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest auch mit PhotoRaw 2021 arbeiten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, du musst nicht mehr bezahlen für das Programm. Ich bekomme aber von OnOne eine kleine Provision, wenn du über meinen Link das Programm zulegst. Ich sage Dankeschön, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ciao!